Moin Moin und willkommen zurück bei Rocket League. Wir haben unsere Autos wieder geändert, weil Freaks Idee nicht funktioniert hat. Genau, 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 genau. Wir versuchen jetzt einfach nochmal auf Random Autos zu spielen und gucken einfach mal was bei rauskommt. Inja erklärt wieder, das ist sein altes Fahrzeug, da kennt er sich mit aus. Die Kupplung schleift zwar ein bisschen, aber das stört ihn eigentlich gar nicht. Ja, und wir gucken einfach mal, wie es heute so wird. Die letzten Folgen waren ja nicht so geil von den Toren her. Vielleicht können wir da ja mal ein bisschen wieder was dran ändern. Ja, warten wir es mal. Ach, schade. Oh, schade. Ich bleib einfach mal ein bisschen. Ja. Vorsicht. Alles geklärt. Parade. Ich habe die Errungenschaft. 20 Paraden. Das war der Meiner. Ich bin ein schlechter Keeper. Okay, okay, okay. 0,0. Das versuchen wir mal ein bisschen Zeit. Ich bleibe jetzt wieder ein bisschen im Tor. Jetzt kommt der Ball. Jetzt haue ich den mal ein bisschen weg. Nein! Er war schneller da. Glück gehabt. Kommst du zurecht mit den beiden? Aktuell. Ich komme jetzt wieder ein bisschen vor. Ja, ein bisschen weg. Achtung. Ja, der kam doch noch zu mir. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Ich bin ganz knapp am Ball vorbei. Guck dir das an. Kann ja mal passieren. So. Ich bin relativ mittig, aber das nützt gerade nichts. Naja, zumindest habe ich den Spieler aufgehalten. Vorhin bin ich hier reingefahren. Hier nichts. Runter. Au. Ja, shit. Ich habe keinen Boost. Kann nichts machen. Keine Boost, keine Ball. Konnte so langsam nebenher fahren. Guck. Schade. Okay, Vollgas. Wikinga, ich glaube, es ist Zeit, den Wikinga in dir rauszuholen. Und glaubst du. Ja, ich konnte nicht sehen, weil ich halt genau woanders mit der Kamera war. Den habe ich zerstört und dann, ich habe den Ball erahnt, deswegen nochmal eine Rückwärtssalto gemacht. Du bist weiter vorne. Ja. Wow. Wo ist der Ball? Ah, da. Wow. Ich habe gerade ein kleines Problem. Ja. Mein Monitor will sich ausschalten. Ich habe ein riesiges Ja, Nein, Vielleicht Fenster vor mir. Mann. Mann, 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 Mann. War knapp. Und er hält nur einen Meter weiter vorne stehen. Ja, ich konnte nicht sehen. Ich habe einen riesigen schwarzen Bildschirm vor mir gehabt. Wo stand herunterfahren? Ja, nein. Ja, guck, guck, was ich gemacht habe. Ich habe den Gegner einfach da reingeschoben. Pass auf, erst mal den hier, ne? Habe ich mir das mal vorgelegt. Jetzt pass auf, jetzt schiebe ich einfach den Gegner. Ach, sieht man ja unten gar nicht. Doch, ja, ich habe die ganze Zeit geschubst, die Gegner. Du bist vor mir. So, Aufruhrjagd beginnt jetzt. Komm, reiß ich zusammen. Sehr gut. Jetzt schießt er aber zurück. Oh, 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 oh. Hä? Okay, meine Kamera war gerade ein bisschen komisch. Ich bin in der Mitte. Hier aber leider auch. Vorsicht, er kommt. Ja. Ey, kann das sein, dass die die ganze Zeit Turbo haben? Ich weiß nicht, was die machen. Ja, da haut er noch mal rein. Du hättest, nein. Das ganze Tor habe ich vorbereitet. Guck dir das mal an. Pass auf. Wieso mache ich das denn nicht auf die andere Richtung? Oh, Mann. Ich meine, es kann doch nicht so schwer sein, das Ganze einfach umzudrehen. So viele Eigentore, wie ich schon gemacht habe. Ach, unglaublich. Ja, das sage ich dir. Ich muss ja mal sehen, ich sehe ihn nicht. Kropfen auf dem heißen Stein. Ja, ja, ja. Es läuft halt einfach nicht, ne? Das Problem ist auch, warum zur Hölle machen wir so eine lange Aufnahme-Session, wenn wir überhaupt kein Glück haben? Wir hätten nach der zweiten Folge sagen müssen, okay, wir nehmen das nächste Mal wieder auf. Bist du jetzt in einem Spiel drin? Nee. Okay, gut, weil ich habe versichert nicht mal wieder A gedrückt. Jetzt geht's los. Nochmal durchatmen. Kiwi Ninja 9 und Nepi. Okay, du bist vorne, mach was draus. Sehr schön. Nicht so schön. Ich bin im Tor, alles gut. Ich bin im Tor. Ich komme jetzt ein bisschen weiter nach vorne langsam. Jawohl. Nee, müsste ich haben. Ich glaube, du bist noch irgendwie in mich reingefahren. Schauen wir mal. Ja, guck, den hättest du nie gekriegt. Ja, ich wäre jetzt so seitwärts gesprungen. Ja. Du, Inge, hinten steht mein Name. Alles gut. Jawohl, Inge, 2-0. Nein. Okay. Ich habe den sowas von drin gesehen. Ja, war auch ganz knapp, aber irgendwie. Hast du den noch wieder rausgehauen, oder was? Nein, ganz knapp und ich bin beim Nachschießen nicht rangekommen. Aber der soll jetzt rein. Jihau. Da mache ich doch glatt ein Salto. Schön vorgelegt, mit der Bande gespielt. Den Gegner nochmal kommen lassen, oder ich habe den Gegner angeluppt. Okay, wir machen einfach so weiter. Wir machen, ich glaube, ich bin... Nee, beide drauf. Das endet sicher wieder in einer Aufgabe von denen. Gehst du ran, oder ich? Ja, ich bin... Ja, ich bin... Ah, zu früh. Nein, der war doch... Oh, nee. Latte, schade. Aber mich hat ein Gegner umgefahren. Ich brauche einen Moment, um zurückzukommen. Okay, ich bin wieder im Tor. Ich habe vollen Torbo, also ich kann ruckzuck vorne sein. Ich komme jetzt mal mit wieder. Schade. Bisschen unpräzise. Ja, 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 ja. Ja. Okay, ich habe nicht gesehen, was da passiert ist, aber... Jetzt kannst du es dir doch nochmal in Ruhe angucken. Ja. Ja, sehr gut. Siehst du, das sind meine seitwärts Tore. Den wollte ich halt als erstes auch machen. Du bist vorne. Ja. Und ich bin willig. Ah, jetzt fängt der mich wieder zur Seite. Ich kann nicht... Ich habe noch keine Augen im Rückspiegel. Dafür ist der Rückspiegel da. Alter, Inja, du Hund! Nein! Oh, verdammt. Ah. Alles gut. Nein. Jetzt ist es nichts mehr gut. Habe ich gerade noch so ein bisschen mit der Ballkamera sehen können, aber konnte dann nicht mehr reagieren. Hier habe ich die Ballkamera angebracht, dann sehe ich ihn. Habe gedacht, er ist gerettet, aber leider war der fast noch im Weg. Du bist vorne. Ja. Ah, fang, dann leck. Ach, verdammt. Andere Richtung. Nein. Nein. Jawoll. Geht doch. Sehr schön. Ja, das... Wenn wir gewinnen, dann hoch irgendwie, ne? Ja. Keine Ahnung, gut, die können natürlich jetzt auch noch mal Buden machen. Haben wir auch schon verkackt, ne? Du bist vorne. Okay. Aber das ist gerade echt lecky. Ping. Ja, der eine hat einen 60er-Ping. Los, Frick. Hau vor. Taktischer Rückpass. Gleich in die Mitte gespielt, damit du gleich wieder ein Tor machen kannst. Ah, da war er noch. Da ging gerade so mein Torbo noch alle... Ach, schade. Wohl. Slow motion. Danke. Jawoll, den musst du machen. Nein, der kommt voll mit Torbo. Ah. Ich hätte ihn nicht hätte ihn gemacht an seiner Stelle. Ja, wirklich. Da wollte er einen Scheiß aufs Tor. Den zerstöre ich jetzt. Oh, fuck. Torbo, Torbo, Torbo. Ingehalt, du machst mich fertig. Dribbling. Schade, da kam er noch. Mein Bus. Ich weiß noch ein paar Dollar-Scheine. Uh. Wir haben mal wieder gewonnen. Yeah. Ach, das macht einen doch gleich viel fröhlicher. Richtig. Du. Und mit dem... Ja. Ein Sieg nach langer Zeit. Damit verabschieden wir uns für die Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.